Es ist wieder Zeit für ein paar City-News hier aus der Stadt, diesmal sehr veranstaltungsgeprägt. Jetzt nach den Sommerferien geht es volle Kanne los mit verschiedensten Terminen. Am 6. September, das ist der Freitag, erwartet euch im Neuen Markt zum Beispiel ein Workshop zum Flowerhub-Bin. Eine Floristin gibt euch der Anleitung, wie ihr das selber machen könnt. Das ganze Wochenende geht es eigentlich zu Schuhe durch. Am 6. starte nämlich dann auch das Weinfest am Neumarkter Rathausplatz. Freitag und Samstag ist dort wieder für 1800 Gäste ein Sitzplatz da und ein paar Stehplätze findet man bestimmt auch noch. Drei Bands spielen und das Wetter, wenn passt, wissen wir ja, ist perfekt für einen schönen Sommerausklang. Der Sonntag ist nicht weniger interessant, am 8. September, da werden wir dann unseren Erlebnistag-Helfer für Familien veranstalten. Die Bundeswehr, die Polizei, das THW haben sich angekündigt, die werden ihre Gerätschaften mitbringen und den Kindern zeigen, wie man damit umgehen kann. Das ist so umfangreich, da reicht der Platz am Rathaus gar nicht. Da gehen wir auch auf den Untermarkt und präsentieren da viele Attraktionen bis zur Riesenhüpfung. Das Gebäude hinter mir, das steht da jetzt gar nicht umsonst auf meiner Liste. Denn das Bürgerhaus, seit 20 Jahren ein Ort für viele Vereine und Gruppierungen, Feiergeburtstag. 20 Jahre am 3. Oktober, das ist ab 13.30 Uhr direkt am Rathausplatz davor ein breites Programm geboten. Also schon mal vormerken, aber wenn es noch einen Monat hin ist, 3. Oktober ist dann 20 Jahre Bürgerhaus. 7. September ist ein Hip-Hop-Event in der Mittelschule West. Erstmalig hier in Neumarkt. Verschiedenste Künstler treten dazu Battles an. Also auch für alle Hip-Hop-Fans und Breakdance-Fans sehr interessant. Dann geht es mal mit den großen Gebäuden weiter. Da steht nämlich hier in Neumarkt die Eröffnung der Technischen Hochschule an. Die Ohm-Außenstelle aus Nürnberg wird ab 27. September starten. Da ist dann die offizielle Eröffnung. Und ein paar Tage später, wahrscheinlich in der Woche drauf, wird auch die benachbarte Tiefgarage wieder der Öffentlichkeit übergeben. Die wurde ja unter dem Residenzplatz erweitert, modernisiert. Und da geht es nach aktueller Planung ab 30. September weiter. Das waren ein paar News, ein paar Themen aus Neumarkt. Und bevor ich jetzt davonlaufe, noch eine Anregung für euch zum Davonlaufen. Den Center Run haben wir im Neumarkt. Erstmalig am 29. September. Das ist ein Laufparcours, der führt ins Einkaufszentrum, ums Einkaufszentrum, in die Tiefgarage, durchs Treppenhaus. Wie der Name halt schon sagt, quer durch Center. Und da zählt dann nicht die einzelne Rundenzeit, sondern wie viele Runden ihr in einem bestimmten Zeitraum schafft. Von 10 bis 12 Uhr geht das Ganze. Wer da zwei Stunden durchhält, Respekt. Ich schaue mal, ob ich eine Runde schaffe. 29. September. Noch könnt ihr euch dazu anmelden. Center Run erstmalig im Neuen Markt. Und jetzt laufe ich, und zwar zur nächsten Eisdiele. Und jetzt laufe ich, und zwar durch. Dos promo под